Sehr, sehr herzlich zur ersten Stolpersteinverlegung in Gersthofen willkommen heißen. Ich gebe jetzt Herrn Paula das Wort, der wird noch einiges zu den Hygienevorschriften sagen, bevor dann der Herr Bürgermeister ein Grußwort sprechen möchte. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Maßnahmen, deswegen darf ich Sie jetzt in Kürze um Aufmerksamkeit bitten für einige Maßnahmen, die wir heute mit berücksichtigen müssen. Es gibt ein Hygienekonzept, welches zunächst mal beinhaltet die Abstandsregelungen. Sie wissen, die berühmten 1,5 Meter sollten eingehalten werden. Ich sehe schon Bewegung in der ganzen Gruppe, sodass durchaus noch ein paar Schritte nach links, rechts oder vorne gegangen werden können, um auch dieses zu erfüllen. Eine zweite Bitte. Uns wäre es sehr wichtig und es ist Teil der Auflage, der Genehmigung, dass Sie hier vorne bei diesem Stehtisch sich mit Namen und Adresse eintragen. Wer es noch nicht gemacht hat, möge das bitte noch tun. Wer die Möglichkeit hat, bitte die Corona-App entsprechend mit nutzen, sodass auch diese Maßnahme entsprechend hier zum Greifen kommen kann. Vorne stehen Desinfektionsmittel. Wer Bedarf hat, bitte auch diese nutzen. Wer in den letzten 14 Tagen Probleme mit Corona, wer Erkrankungssymptome hatte, bitte nicht teilnehmen zum Schutz und zur Sicherheit aller hier Anwesenden. Es geht weiter mit der Maßnahme, dass Sie bitte nach Möglichkeit, Sie tragen alle bereits diese Maske. Ganz wichtiger Hinweis, wer noch keine aufgesetzt hat, bitte hier vorne, gibt es welche? Ich wünsche der Veranstaltung einen sehr guten Verlauf und darf das Wort weitergeben an Herrn Bürgermeister Wörle. Ja, liebe Angehörige, liebe Kollegen aus dem Stadtrat, liebe Kollegen und Mitstreiter im Fachbeirat, liebe Vertreter der Zivilgesellschaft, liebe Bürger, ganz herzlich willkommen hier zur ersten Verlegung der Gedenksteine in Gasthofen. Es ist ein schönes Zeichen, dass Sie alle gekommen sind und trotz dieser widrigen Rahmenbedingungen an dieser Veranstaltung teilzunehmen und zeigen damit natürlich auch Ihre Wertschätzung zu diesem Thema. Es ist ein ganz spezieller Rahmen. Es sind jetzt schon viele da, aber ich bin mir sicher, ohne Corona wäre deutlich mehr. Aber was die Schulen betrifft, die ja Teil des Gesamtprojekts in Gasthofen waren, viele konnten einfach und dürfen heute auch nicht kommen. Insofern ist es schade, dass gerade bei der ersten Verlegung, wenn auch der Künstler da ist, und an der Stelle darf ich natürlich ganz explizit den Künstler, den Herrn Demnig äußern. Er ist wieder im Rücken zu mir, aber er arbeitet, das ist an der Stelle ganz gut so. Und in dem Zuge darf ich mich auch bei den Kollegen am Bauhof, die dann auch mithelfen, auch gleich bedanken für die Unterstützung. Ja, der Stadtrat hat 2018 die Wahl hingestellt. Wir hatten damals den Fachbeirat ins Leben gerufen und auch bestellt von den Namen her. 2019 war dann die erste Sitzung des Fachbeirats und 2020 haben wir jetzt unter diesen schweren Bedingungen hier diese Verlegung der Stolpersteine. Es ist ein deutschlandweites Projekt. 75.000 Stolpersteine gibt es in der Zwischenzeit. 1.300 Kommunen sind dabei, ca. 1.300 Kommunen. Und es ist das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Und das ist gut, dass wir von Seiten der Stadt Gasthofen auch die Rahmenbedingungen geschaffen haben und auch künftig über den Fachbeirat schaffen, um hier dieses Thema in Erinnerung zu behalten. Und dass dieses Stück, die Geschichte, immer in Gedanken bleibt, niemals vergessen wird und dass wir das nie vergessen dürfen, aber mit solchen Aktionen, mit solchen Erinnerungsgegenständen und Erinnerungen auch nie vergessen werden. Ich denke mir, das Projekt zeigt auch, dass man würdig mit diesem Thema umgehen kann. Und wir von Seiten der Stadt Gasthofen und die Bürger, wir sind hier sehr aktiv. Wir sind hier, ich möchte nur unsere Anna-Proll-Mittelschule, die ja durchaus eine ganz enge Verbindung auch zu dieser Stolperstein-Initiative hat. Nicht nur, dass der Josef hier aktiv ist im Fachbeirat, sondern auch die Familie Preu natürlich über ihre Geschichte eine ganz wichtige Funktion hat. Und allein auch, dass wir voriges Jahr die Mittelschule aus einer normalen Mittelschule, die Anna-Proll-Mittelschule Gasthofen machen konnten, ist, denke ich mir, eine Botschaft, die die Stadt Gasthofen auch an die Bürger gibt. Und diese Botschaft kann man nicht oft genug wiederholen. Und wir hoffen, dass auch mit diesem Initiativ heute und mit den Dingen, die noch folgen werden, wir diese Botschaft künftig am Leben erhalten. Ich möchte jetzt gar nicht auf Details eingehen. Ich denke mir, der Dr. Lehmann, der das ganze Jahr mitinitiiert hat und auch im Fachbeirat dabei war, wird die Details und die Hintergründe natürlich sagen, ich bedanke mich bei Ihnen für das Kommen. Ich bedanke mich bei allen, die sich bis jetzt hier eingebracht haben. Und ich fordere alle auch gerne nochmal auf, sich weiter einzubringen. Das ist ein Projekt, was nicht die Politik treibt, sondern was aus der Zivilgesellschaft lebt, von der Zivilgesellschaft lebt, von dem Engagement. Und da kann man, denke ich mir, nicht genügend Unterstützung haben und nicht eine breite Unterstützung in der Stadt haben. Also insofern bringen Sie sich gerne auch künftig mit ein. Ich denke mir, die Informationen liegen aus, Sie wissen, an wen Sie sich wenden müssen. In diesem Sinne wünsche ich allen Corona-unfallfreie Veranstaltungen und einen guten Verlauf der Veranstaltung. Und ich glaube, ich gebe jetzt an den Dr. Lehmann ab. Dankeschön und guten Verlauf. Danke. Der Künstler Gunther Demnig hat mit der Verlegung von mehr als 75.000 Stolpersteinen in 21 Ländern und über 1250 Kommunen eine länderübergreifende Erinnerungskultur geschaffen, das größte dezentrale Kunstdenkmal Europas. Die Steine waren lange Zeit von Kritik begleitet. Mittlerweile sind sie allgemein akzeptiertes Kulturgut. Stolpersteine werden für alle Opfer des nationalsozialistischen Terrors zerlegt. Sie wirken einer Hierarchisierung von Opfern und dem Vergessen von Opfergruppen entgegen. Die Steine tragen das Gedenken in den Alltag hinein. Sie konfrontieren Passanten und Nachbarn auf Schritt und Tritt mit der Erinnerung an verlorene Mitbürger. Sie zeigen, dass die Opfer mitten unter uns lebten. Sie vergegenwärtigen, dass sprichwörtlich vor der eigenen Haustüre Verbrechen begangen wurden. Die Opfer waren Nachbarn. Jeder, der nicht wegsehen wollte, musste ihr Verschwinden bemerken. Die Betrachter werden durch die Steine motiviert, sich mit den Schicksalen auseinanderzusetzen und das Kunstwerk Bämnings vor Ort fortzuschreiben. Vor allem junge Menschen sollen zu Trägern der Erinnerungsarbeit werden. Durch Engagement in den Initiativen, durch Seminare an den Schulen, durch Erarbeitung von Opferbiografien, durch Konzipierung von Wegen der Erinnerung, durch Erstellung von Websites, durch Übernahme von Patenschaften, durch künstlerische Gestaltung, hier sind wir in Gersthofen auf einem guten Weg. Das Paul-G-Gymnasium hat bereits in der Person von Herrn Auernhammer, der heute auch hier ist, signalisiert, dass Seminare stattfinden werden zur Erarbeitung von Opferbiografien und die Annabreu-Mittelschule der Name verpflichtet ohnehin. Da sind wir also auf einem ganz erfreulichen Weg. Heute wird Gunther Demmigs Kunstwerk in Gersthofen fortgeführt. Dass die ersten Steine in der Ludwig-Hermann-Straße, dass er hier die Steine verlegt, ist kein Zufall. Nirgendwo in Gersthofen ist der Zugriff der Nationalsozialisten auf sämtliche Opfergruppen mit Ausnahme der Juden deutlicher nachvollziehbar. Erste Opfergruppe. Die Nazis gingen Anfang März 1933 gegen die Kommunisten vor, dann gegen die Sozialdemokraten. In Gersthofen waren hiervon Georg Gottmeier, Hermann Jentsch, Leonhard Banner und Franz Xaver Sterre betroffen. Ihr Aufenthalt im Konzentrationslager sollte ihren Widerstand brechen. Sie standen auch nach ihrer Entlassung unter permanente Observation, wurden zu Kriegsbeginn am vordersten Front verheizt oder kamen erneut ins KZ. Weitere Gersthofer Bürger wären hier zu nennen, die bei Machtübernahme verhaftet und eingesperrt wurden. Deren Schicksale gilt es ebenso aufzuarbeiten wie all derjenigen, die in einem Dossier vom 11. Januar 1938 als unerbittliche Gegner des Systems genannt wurden. Zweite Opfergruppe. Auf den Tag genau, heute vor 87 Jahren, am 14. Juli 1933, verabschiedeten die Nationalsozialisten im Reichstag das Gesetz zur Verhütung erbkranker Nachwuchses. Seit diesem Tag gingen die Nazis gezielt gegen körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen vor. Sie sollten keinen Platz in der rassistisch ausgerichteten Volksgemeinschaft finden. Hunderttausende von Menschen wurden unter der Scheinlegalität von Erbgesundheitsgerichten zwangssterilisiert. Zu diesen Opfern zählt der Taubstumme Alois Durreder. Ebenso Aloisia, Viktoria, Alfons, Hedwig, Rosa, Johann und Hans. Viele von ihnen wohnten in der ehemaligen Fabrikstraße. Dritte Opfergruppe. Mit Beginn des im Osten geführten Lebensraumkrieges führten die Machthaber ihr sozialdarwinistisches Programm in erbarmungsloser Konsequenz fort. Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen wie Sebastian Zacher sowie die weiteren Gersthofer Bürger Johann Kahl, Johann Mayer, Christenz Hartmann, Agnes P., der Batzenhofer Josef Heim und Viktoria Roth aus Lützelburg kamen in die Tötungsanstalten Grafeneck und Hartheim und wurden dort ermordet. Nach Abbruch der Aktion im August 1941 ging das Morden in den Heil- und Pflegeanstalten selbst mit Skopulamin, Luminal und Entzugskost weiter. Von all diesen Verbrechen waren die Vertreter der Kommunen ebenso informiert wie die Oberlandesgerichtspräsidenten und Staatsanwälte. Es gibt einen nachweisbaren personellen und strukturellen Zusammenhang zwischen den Krankenmorden und dem industriellen Massenmord an den Juden, Sinti und Roma. Die sozialderwinistische Ideologie bildete das Fundament für Ausgrenzung, Entrechtung, Zwangssterilisation, die industriellen Massenmorde und den Lebensraumkrieg. Vierte Opfergruppe Von den Morden ebenso betroffen waren die sogenannten Asozialen, die aus sozial-rassistischen Gründen verfolgt und als gemeinschaftsfremd stigmatisiert wurden. Hierzu zählten Fürsorgeempfänger, Obdachlose, Alkoholiker, Homosexuelle und Wanderarbeiter. Sie wurden nach Razzien in Arbeitshäusern und ins KZ verbracht. In der Fabrikstraße 80 lebte die junge Anna Stöckbauer. Sie kommt nach traumatischen Erlebnissen im Elternhaus wegen Trivialitäten immer wieder ins Gefängnis, dann ins Arbeitshaus, schließlich ins Gefängnis Eichach. 1943 wird sie nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Fünfte Opfergruppe In der ehemaligen Fabrikstraße und heutigen Ludwig-Hermann-Straße befanden sich auch riesige Zwangsarbeiterlager der IG Farbwerke Höchst und des Rüstungsbetriebes Krams Ehe. Hunderte von italienischen Militärinternierten, russischen Kriegsgefangenen, Franzosen, Holländer, Ukrainer hausten dort unter unwürdigen Bedingungen. Deren Arbeitskraft nutzte die deutsche Industrie erbarmungslos zur Profitmaximierung. Es wäre fatal, nur der deutschen Opfer des Naziterrors zu gedenken. Es darf keine exklusiv germanozentrische Erinnerungskultur geben. Die monströse internationale Dimension des Mordregimes muss sichtbar bleiben, auch in Gersthofen. Wir freuen uns sehr, dass der Industriepark Gersthofen als Pate einer Stolperschwelle Verantwortung für die Unternehmenspolitik der Vorgängerbetriebe übernehmen möchte. Die Schwelle soll auch an die anonymen Kriegsgefangenen erinnern. Ich darf mich bei Herrn Holger Amberg und Frau Ingrid Knöpfle bedanken. Ihre Gäste ist ein klares Ausrufezeichen. Stolpersteine entreißen die Menschen aus der Vergessenheit, in die sie die Nazis bewusst führten. Manche Opferangehörige lehnen jede Form der Erinnerung ab, weil sie erneut Stigmatisierung fürchten. Aber Erinnerung ist das Mindeste, was wir für die Opfer tun können. Für Menschen, die ausgegrenzt, gedemütigt, gefoltert, ermordet wurden. Zugleich sind die Stolpersteine auch eine Mahnung und Warnung an unsere heutige Stadtgesellschaft. Mutiges und engagiertes Eintreten gegen Unrecht, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit ist dringender denn je erforderlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich möchte die Danksagung vorziehen auf die erste Verlegestelle, denn viele haben ja nicht die ganze Zeit, dass sie uns an die vier Verlegestelle folgen können. Ich darf vor allem allen Angehörigen danken, die sehr, sehr viel zur Erforschung beigetragen haben. Wir haben allen am Projekt beteiligten Bürgern, den Zeitzeugen, dem Herrn Bürgermeister, dem Stadtrat, dem Fachbeirat, insbesondere Herrn Lukas Kleinle, der uns vorbildlich unterstützt hat. Großer Dank gebührt den beiden Stolperstein-Initiativen. Sie leisten seit Jahren aufopferungsvolle Arbeit. Wir haben uns bewusst an der Augsburger Initiative orientiert und sind personell und strukturell eng miteinander verbunden. Hier sind Herr Thomas Hacker, Arthur Korschate, Klaus Stampfer, Dr. Harald Munding, Heinz Paula, Gregor Thaler und Barbara Sterr insbesondere zu nennen. Mein aufrichtiger Dank geht dem Klarinettenquartett mit Selina Schmid, Sina Einmüller, Johanna Wittmann und Korbinian Hochmuth sowie an die Leiter Herrn Klaus Türk und Frau Sandra Hochmuth sowie den Vorstand des JUGE, Herrn Andreas Landau. Ich bin tief beeindruckt vom Engagement der Schüler. Die Abiturienten des PKG und die Schüler der Anna-Bröll-Schule und von St. Stephan haben allesamt Erfahrung mit Erinnerungsarbeit und sind von dieser geprägt. Das macht Hoffnung. Dank an Julia Winkler, Angelo Drexler, Kadir Pörglü vom PKG, Roberta Malizia und Max Ammer von der Anna-Bröll-Mittelschule, an Benedikt Hochmuth vom Gymnasium bei St. Stephan. Besonders berührt hat mich die Übernahme einer Patenschaft durch den Abiturienten Kadir Pörglü. Er kam als Erster auf mich zu. Dank an die weiteren Paten, die Gersthofer Spatzen der Musikschule und Dank an Josef Bröll. Wir hoffen natürlich auf weitere Paten. Mein aufrichtiger Dank geht auch an die Zeitzeugen, Herrn Gai, der mich seit Jahrzehnten mit wertvollen Informationen unterstützt, sowie an Herrn Rosenwert. Beide sind Mitglieder unserer Gersthofer Stolperstein-Initiative. Vor allem aber gebührt unser Dank Gunther Demnig für sein einzigartiges Kunstwerk. Gemäß den Standbüchern der Zu- und Abgänge aus der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren und der am 30.08.2018 veröffentlichten Liste des Bundesarchivs Berlin wird Sebastian Sacher am 25. November 1940 nach Grafenegg verlegt und dort noch am gleichen Tag durch Gas getötet. Seine Ermordung erfolgt einen Tag vor seinem 55. Geburtstag. Kurz nach Kriegsbeginn beginnt am 21.19.1939 der bürokratische Zugriff auf sämtliche im Reichsgebiet befindlichen Anstalten, in denen Geisteskranke, Epileptiker und Patienten, die nicht nur vorübergehend bewahrt werden. Anfang Oktober erfolgt die individuelle planwirtschaftliche Erfassung der Insassenverfragung. Folgende Patienten müssen in der Zentraldienststelle in der Tilgartenstraße 4 in Berlin, so wird die Tarnorganisation für die Krankenmorde genannt, gemeldet werden. Diese Meldebögen werden an die T4-Zentrale in Berlin weitergeleitet. Drei Gutachter entscheiden am grünen Tisch aufgrund der Meldebögen, also nicht aufgrund eigener Untersuchungen über Tod oder Weiterleben der Patienten. Dem Kaufbeurer Anstaltsleiter Dr. Valentin Vattelhauser werden seit dem Frühjahr 1940 von Berlin Listen mit den Namen der Patienten zugesandt, welche die Gutachter in Berlin für lebenswürdig halten und welche dementsprechend in eine Reichsanstalt, in Wahrheit Tötungsanstalt, überwiesen werden sollen. Dr. Valentin Vattelhauser ist seit September 1940 selbst Gutachter der Aktion T4. Weil er die Patienten vor Ort besser kennt als die Gutachter in Berlin, wird er auf den Listen Veränderungen vorgenommen haben. Für Sebastian Zacher bedeutete die Verlegung nach Grafenegg das Todesurteil. Sein Name befindet sich auf der Liste der Personen, die am 25.11.1940 nach Grafenegg zum Zweck der Ermordung gebracht werden. Den Angehörigen werden nach der Vergasung der Opfer Todesurkunde und Asche der Verstorbenen zugesandt. Der Zeitpunkt des Todes und die Todesursache sind frei erfunden. Der Familie Zacher und der Gemeinde Gasthofen wird als Todesdatum der 8. Dezember 1940 mitgeteilt. Die Angehörigen erhalten zusammen mit der Todesurkunde ein Beileidschreiben, dessen Einheitswort laut besagt, dass der Tod für den Betreffenden eine Erlösung dargestellt habe. Sehr geehrte Frau Zacher, zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Ehemann Sebastian Zacher, der am 25.11.40 auf ministerieller Anordnung gemäß Weisung des Reichsverteidigungskommissars in die hiesige Anstalt verlegt werden musste, unerwartet am 8. Dezember 1940 an Stirnhöhlenveralterungen mit anschließender Hirnhautentzündung verstorben ist. Bei seiner schweren, unheilbaren Erkrankung bedeutet der Tod eine Erlösung für ihn. Da bei den umfangreichen Verlegungen auch infektiöse Kranke und Bazillenträger nicht auszuschließen sind und so die Gefahr der Verbreitung von gefährlichen Krankheiten besteht, ordnet die Gesundheitspolizei zur Verhütung übertragbarer Krankheiten die sofortige Einäscherung des Leichnams an. Eines Einverständnisses seitens der Angehörigen bedurfte es in diesem Falle nicht. Mit Sebastian Sacher auf der Liste der zu ermordenden Personen aus der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren befinden sich 15 weitere Personen aus Augsburg. Die sechs mit Gaskammern und Krematorien ausgestatteten Mordzentren waren Grafenegg bei Reutlingen, Brandenburg an der Havel, Bernburg an der Saale, Hartmann in Nordhessen, Sonnenstein bei Pirna und Hartheim bei Linz. Bei der Aktion T4 werden insgesamt 70.273 Menschen ermordet. Personelle Kontinuität zwischen den Tötungsanstalten und den Vernichtungslagern Die Täter von Grafenegg finden sich in den Vernichtungszentren des Holocaust wieder. Dr. Horst Schumann, der erste Leiter und ärztlicher Direktor von Grafenegg, ist ab Herbst 1942 Lagerarzt in Auschwitz und selektiert an der Rampe von Birkenau Menschen für grausame, oftmals tödliche Röntgensterilisationsversuche. Christian Wirth ist 1939 Kriminalkommissar in Stuttgart, steigt zum Inspekteur aller sechs Vernichtungsanstalten der Aktion T4, zum Polizeimajor und SS-Stürmbannführer auf. Dann wirkte an der Entlösung der Judenfrage der Ermordung der europäischen Juden mit. Im Rahmen der Aktion Reinhard leitet Wirth den Aufbau des Vernichtungslagers Belzec, wird später dessen erster Kommandant und ab 1. August 1942 zum Inspekteur der Vernichtungslager Belzec, Treblinka und Sobibor ernannt. Dort sind nach heutigem Wissensstand 1,75 Millionen Menschen ermordet worden. Ja, und mit der Opferbiografie im Online-Gedenkbuch und der heutigen Stolpersteinverlegung möchten wir eben an Sebastian Sacher erinnern. Danke. Und das, was geschehen ist, nicht vergessen. Sie lebten viele Jahre hier und wären so gern geblieben. Doch man fand, dass so ein Leben lebensunwirkt ist. Und als die grauen Busse kam, wir daten viele, was passiert, wie diese Kreise in der Welt. Als sie fast alle... Wir haben die 통 Radiation, wo es gerendiert wird. всё wirkt, ist alles wirkt. Wir sind oder nicht, dass wir das induce. Wir haben den piano联arded in derusholen und in der unter anderem Bonavcję gelten. Wir haben den gleichenet. Vielen Dank. Der gewürdige Herr Schofer, Georg Gottmeier, geht nach Absolvierung der Volksschule und seiner Ausbildung als Zimmermannsgeselle, mit 19 Jahren auf die Walz, wo er seine Fähigkeiten und Fertigkeiten komplizieren möchte. Seine Mutter, Walburga, sieht er nicht mehr wieder. Sie stirbt noch vor seiner Rückkehr im Alter von 51 Jahren. Sein Vater, Alois, arbeitet bei den Farbwerken höchst in der Stufen. Georg ist kräftig gebaut, hat blonde Haare und blaugrüne Augen. Auf der Walz nimmt er verschiedene Stellungen an, zum Beispiel in Eichenbühl und Berlin. Von dort kehrt er im Oktober 1930 nach Hause zurück. Die Weltwirtschaftskrise mit der hohen Arbeitslosigkeit dürfte wohl dafür verantwortlich gewesen sein, dass er der KPD beigetreten ist. Von dieser Partei verspricht er sich pragmatische Verbesserungen der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter. Hierfür engagiert er sich, seine Gersthofer-Kumpels Leonhard Wanner, Hermann Jentsch und Franz Xaver Schere. Sie verteilen Flugblätter und agitieren gegen die rassistisch und menschenverachtende Partei der NSDAP. Als die Nazis an die Macht kommen, werden die Kommunisten als erste verhaftet. So auch in Gersthofer. Bauern versteckten Georg Kortmeier vor der ersten Verhaftung. Aber er wird verraten und kommt in das seit 1910 bestehende Gersthofer Haftlokal in der Donauwörter Straße 28, neben der Kirche St. Jakobus. Anfang 1933 wird er ins KZ Dachau eingewiesen. Er hat die Haftnummer 2047. Seine Schwestern schreiben am 27.03.1934 an den Gemeinderat Gersthofen einen Brief und bitten diesen um Unterstützung, damit ihr Bruder freikomme. Aber vergeblich. Geo Kortmeier wird erst fast zwei Jahre später aus der Schutzhaft entlassen. Steht aber in Gersthofen permanent unter der Beobachtung der Gestapo. Die NSDAP-Ortsleitung Gersthofen meldet im Januar 1938 an die Gableitung zwölf Personen, die als Gegner des nationalsozialistischen Regimes angesehen sind. Darunter eben auch Geo Kortmeier. Erstaunlicherweise ist er als Zimmermann bei der Gemeinde Gersthofen beschäftigt. Er wird weiterhin als Funktionär der KPD geführt. Als wäre unwürdig, kommt Geo Kortmeier direkt zu Kriegsbeginn am 01.09.1939 erneut in Schuttkauf. Am 10.09.1939 wird er von der Stapo Augsburg in das KZ Kuchenwald verschubt, wo er bis zum 20.04.1942 Zwangsarbeit verrichten muss und auf jede erdenkliche Art erniedrigt und gedemnötigt wird. Vermutlich wird er anlässlich einer Amnestie zum Führergeburtstag am 20.04.1942 entlassen. Nach einigen Wochen der Rekordkonvaleszenz wird Geo Kortmeier am 03.11.1942 zur Wehrmacht eingezogen und kommt an die Front nach Polen und die Ukraine. Er gerät in russische Gefangenschaft und erkrankt nach Angaben seiner Nichte wiederholt an der blutenden Ruhr. In Pisek in der Tschechoslowakei verrichtet er nach Kriegsende für die Rote Armee Zwangsarbeit, ehe er 1946 in die Heimat entlassen wird. Im April 1949 realisiert er seinen Wunsch nach Immigration, den er bereits bei der amerikanischen Besatzungswacht artikuliert hatte und zieht nach Frankreich. Von dort kehrt er im März 1950 wieder zurück. Geo Kortmeier hat drei Schwestern. Walli verheiratete Führer, Luise verheiratete Hölzl und Anna verheiratete Modlmeier. Geo Kortmeier zieht dort nach der Rückgröße aus dem KZ Dachau wieder sein Zimmer in der rückenden Helmholtzstraße 35. In München macht Geo Kortmeier nach dem Krieg die Bekanntschaft von Frau Wenig, die in der Garbische Straße wohnt. Deren sieben Jahre älterer Mann ist im KZ Buchenwald verstorben und war mit Geo Kortmeiers befreundet. Mit ihr kann er am ehesten seine Gefühle, Empfindungen, Frustrationen und Ängste austauschen. In ihrem Haus wohnt er ab dem 20.12.1951 bis zu seinem Lebensende. Dennoch kommt er immer wieder zu seinen Schwestern, Neffen, Nichten und Freunden zu Besuch. Er sucht und braucht die menschliche Nähe und Geborgenheit. Wo immer er zu Besuch ist, packt er mit an und ist äußerst hilfsbereit. Seine Nichte Helene Steg, äh geborene Hölzl, berichtet, dass Georg so traumatisiert war, dass er in der Nacht häufig aufschrie und stöhnte. Er wird mit dem Terror, den er in den Konzentrationslagern erlebt hatte, nicht fertig. Auch 40 Jahre später nicht. Obwohl gut aussehend, heiratet er nie und hat keine Kinder. Über seine schlimmste Erfahrung in seinem Leben spricht er nie mit Jüngeren. Seine Persönlichkeit wird in den KZ Dachau und Buchenwald gebrochen. Hiervon erholt er sich nie wieder. Auch körperlich ist er durch eine Magenoperation erheblich beeinträchtigt. Für die mehrjährige Inhaftierung in den KZ Dachau und Buchenwald erhält er im Rahmen der sogenannten Wiedergutmachung eine Entschädigung. Am 25.04.1977 wird Peer Kottmeier für die VVN-Ehrenmedaillen vorgeschlagen und erhält diese in einer kleinen Feierstunde. Sein Vermögen stiftet er, bereits von schwerer Krankheit beeinflusst und gezeichnet an die SOS-Kinderdörfer. Geer Kottmeier erkrankt an Alzheimer. Kurz vor seinem Ableben besucht ihn seine Lieblingsdichte Helene mit ihrem Ehemann Hermann Steger im Krankenhaus. Geer erkennt die beiden nicht mehr wieder. Er schlägt wild um sich und spricht immer wieder zusammenhanglos von seinen Erlebnissen in den Konzentrationslager. Eine Kommunikation mit ihm ist nicht mehr möglich. Am 29.03.1994 ist Peer Kottmeier in München verstorben. Er wird in einer Urne am Westfriedhof in München beigesetzt. Das Grab ist mittlerweile aufgewitzt. Aber Peer Kottmeier ist nicht vergessen. Wir wollen mit einem Stolperstein an diesen mutigen, aufrechten und geradlinigen Charakter erinnern. Josef Bröll hat die Patenschaft für seinen Stein übernommen. Opferbiografie erstellt von Dr. Bernhard Lehmann gegen Verbrechen für Demokratie, RAG Augsburg-Schwaben. Ausführliche Biografie unter www.gedenkbuch-Augsburg. Ich kannte Geer Kottmeier seit Mitte der 1970er Jahre. Oft, wenn ich Ferien hatte, besuchte auch er meine Eltern auf dem Bauernhof in Pfaffenhofen, um für ein paar Tage dort zu arbeiten. Er erklärte mir die verschiedenen Arten von Dachstuhlkonstruktionen und wie man das Holz richtig lagert. Natürlich zeigte er mir auch, wie ein Zimmermannsknoten geht. Aber besonders aufmerksam hörte ich ihm immer zu, wenn er von seinen KZ- und Kriegserlebnissen erzählt wird. Diese Erzählungen haben mich nicht nur erschüttert, sie haben mich auch ein Leben lang geprägt. Für mich ist es heute eine Freude und auch eine Ehre, dass ich an diesem Gedenkstein-Einweihung zu Herrn Kottmeier teilnehmen darf. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Leonhardts Individualität ist ausgeträgt, er ist kein leichtzuführender Jugendlicher. Sehr früh gerät Leonhardt unter die Beobachtung der Nazis. Er wird wegen Bettelns, Chrom-Unfugs, Ruhestörungen und Waffenbesitzes mehrfach zu geringzügigen Strafen verurteilt. Mit 26 Jahren heiratet er kurz vor Kriegsbeginn die um vier Jahre jüngere Gastroferin Pauline Wittmann. Mit ihr hatte eine gemeinsame Tochter Sieglinde. Zu dieser Zeit hat Leonhardt bereits mehrere schlimmste Erfahrungen mit dem NS-Terrorregime gemacht. Kurz nach der Machtergreifung der Nazis wird er als 20-Jähriger am März 1933 in Schutzhaft genommen. Anfangs ist Leonhardt im seit 1910 bestehenden Gastrofer Haftlokal in der Donauwörterstraße 28 neben der Kirche in San Jakobus eingesperrt. Seine Mutter Christenz bringt die Messendotien. Dann wird er nach Augsburg in den Katzenstadel verlegt. Am 1. Mai 1933 erfolgt sein Transport ins KZ Dachau. Gemeinsam mit seinen Kumpels Chawas, Ster und Hermann Jens. Er ist Mitglied der KBD. Es liegt auf der Hand, dass er sich mit diesen drei Personen politisch ausgetauscht hat und über sie der Kontakt zur KBD hergestellt worden ist. Die vier jungen Männer sind definitiv besorgt und entsetzt über die Ordnung der Anzahl von Arbeitslosen am Ende der Weimarer Republik. Von der KBD erhoffen sie sich eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiterschaft. An Weltrevolution denken die praktisch veranlagten Arbeiter zuallerletzt. Wohl aber erkennen sie den menschenbeachteten Charakter der nationalsozialistischen Parteiprogramms, die fassistische Ausrichtung der Nazis und agieren konsequent gegen diese Partei. Zwar wird Leonhard Wanner Ende Mai 1933 wieder aus dem KZ Dachau entlassen, aber am 18. August 1933 wird er erneut verhaftet und bleibt im KZ Dachau bis Silvester 1933 enthaftiert. Die SS-Schergen haben versucht, dort seinen Charakter zu brechen. Er hat Aussage seiner Nichte Handeldorfschilder, weil Leonhard ein junger, schöner, schlanker, sportlicher Mann über seine Zeit im KZ will er aber nie sprechen. Ganz ähnlich wie seine Mitleinsgenossen. Er verfügt über eine ganze Menge Humor und Diskret. Es entgeht seinen Verwandten nicht, dass er den Rücken voller Narben hat. Er ist im KZ gefoltert worden. Nach seiner Rückkehr aus dem KZ wird Leonhard von der örtlichen Polizei- und Parteibehörden infolge seiner politischen Gesinnung schikanös behandelt. Wegen Waffenmissbrauchs und Ruhestörungen wird er im März 1936 vom Amtsgericht Augsburg zu 14 Tagen Haft verurteilt. Im April des gleichen Jahres berufen sich Polizei und Gericht auf das Gesetz zum Schutze von Volk und Staat vom 28.02.1933 und verurteilen ihn zu weiteren 30 Tagen Haft wegen übermäßigen Biergenusses über die Sperrschunde hinaus. Offensichtlich keine Schikane. Die NSDAP-Ortsgruppe hält Leonhard Wanner unter permanente Observation. Am 11.01.1938 beantwortet die Ortsgruppe einen Fragebogen an die Gauleitung gefolgt. Haben sie in ihrem Ortsgruppenbereich politische Gegner, auch ehemalige, die auch jetzt noch gegen unseren Staat aufgestellt sind und sich nicht einwandfrei verhalten? Die Ortsgruppe nennt zwölf Personen, die als Gegner des Nationalsozialismus in Gersuchen geführt werden. Meitinger Johann, Schlund Johann, Inhofer Johann, Wanner Leonhard, Kortmeier Georg, Streber, Chava, Paulus Josef, Hesse Raimuth, Putz Johann, Sturm Johann, Wagner Peter, Hamp Anton. Die sämtlich aufgeführten Personen stehen politisch nicht auf unserem Boden. Ihre weltanschauliche Einstellung ist dem Nationalsozialismus völlig quern, tun auch nicht dergleichen sich anzupassen. Sämtliche stehen unter Kontrolle der Gendarmerie und sind auf der geheime Staatspolizei gemeldet. Leonhard Wanner wird kurz vor Kriegsbeginn am 27. August 1939 zur Wehrmacht eingezogen. Er ist ein entscheidender Kriegsgegner und dementsprechend verhält er sich auf. Wiederholt wird er wegen Disziplinlosigkeit bestraft. Im März, im Dezember 1939 muss er drei Strafwachen halten. Wenig später hält er zehn Tage verschärften Arrest, weil er einen dienstlichen Befehl des Unteroffiziers vom Dienst nicht ausführt. Im Juli 1940 erhält er 14 Tage verschärften Arrest wegen Disziplinlosigkeit und Ungehorsams. Im Oktober 1940 trifft Disziplin besonders hart. Er ist unpünftig und verweigert dem Feldwebel den Gehorsam. 14 Tage Arrest sind ihm gewiss. Weitere neun Tage Arrest erhält er aufgeprummt, weil er die Fahrt von Lazarett zum Ersatztruppenteil eigenmächtig um 48 Stunden verlängert und dort zu spät eintritt. Am 30. April 1942 lehnt er sich wiederum gegen seine Vorgesetzten auf. Er flucht und ist widerspenstig, widerspricht seinen Vorgesetzten, er lässt sich nicht alles gefallen. Leonard beweist mehrfach ungeheuerlichen Mut. Am 1. Juni 1943 kommen ihm auf der Fahrt von Warschau nach Dien-Tropetrovs Drei-Küsten-Seite abhanden. Er erhält 21 Tage verschärften Arrest und wird zum Oberkraftführer degradiert. Es gehört zur Perfidie des NS-Regimes, Oppositionelle und Personen, die sich nicht in das ideologische Weltbild der Nazis integrieren lassen, an die vorderste Front zu versetzen. Dies geschieht auch im Fall von Leon Hardwana. Am 15. April 1944 wird er beim Fronteinsatz in Russland getötet. Zum Zeitpunkt seines Todes war er noch keine 31 Jahre alt. Im Wehrfass ist verzeichnet, bei Burakowka am 15. April 1944 für Großdeutschland gefeind. Wir wollen mit dieser Biografie und mit einem Stolperstein an diesen unerschrockenen Mann erinnern. Biografie erstellt von Dr. Bernhard Wehmann gegen Vergessen für Demokratie, RAG Augsburg-Schwaben. Untertitelung des ZDF, 2020 Hermann Wilhelm Jentsch ist am 23. April 1907 in Elbkreis Ansbach geboren. Sein Vater, Heinrich Jentsch, stammt aus Straubwitz in Schlesien. Seine Mutter, Anna Maria, geborene Kneisel, kommt aus Rikersreuth. Wie schon sein Großvater Karl Wilhelm und sein Vater Heinrich ist Hermann Wilhelm Zimmermann vom Beruf. Am 24. März 1933 kommt Hermann Jentsch in Schutzhaft. Wenig später wird er im Katzenstadl in Augsburg inaktiert und am 1. Mai 1933 im Konzentrationslager Dauhaau überführt. Hermann Jentsch bleibt 18 Monate im KZ Dachau. Dort hat er die Häftlingsnummer 1479. Erst am 23. Oktober 1934 kehrt er von Dauhaau nach der Sturzen zurück. Wie bei Georg Kottmeier haben die SS-Schergen den Charakter und Willen von Hermann Jentsch gebrochen. Körperlich ist Hermann sehr robust. Aber nach seiner Rückkehr aus dem KZ wagte er sich nicht mehr, sich politisch zu engagieren. Er suchte die Geborgenheit und Zuneigung seiner um 5 Jahre jüngeren Freundin Rosa Hammer und heiratete diese am 14. Juni 1935 in der Stofen. Sie wohnen gemeinsam in der Ludwig Hermannstraße 55. Am 8. Januar 1941 wird Hermann Jentsch von den Nazis zum Kriegsdienst eingezogen. Bis Mitte 1942 diente er in verschiedenen Bataillonen, ehe er im April 1942 der Heeresbaudienststelle zugewiesen wird. Ab Mai 1944 kommt er zur 70. Infantiliedivision mit Einsatzraum Niederlande. Wir wissen, dass er an der Westfront zweimal in Kriegsgefangenenschaft liegt. Beide Male scheint ihm die Flucht gelungen zu sein. Nach Kriegsende ist er vom 1. Dezember 1945 bis zum 23. März 1946 in Gewahrsamte, USA. In der Nachkriegszeit ist Hermann bei der Firma Halbeck bei der Lechchemie beschäftigt. Er ist ein vollzüglicher Handwerker, ein Vorbild für die jüngeren Mitarbeiter, die Augenzeugen berichten. 1965 erleidet Hermann Jentsch einen Herzinfarkt und wird früh pensioniert. Er verstirbt am 4. Februar 1983, seine Ehefrau Rosa 16 Jahre später. Nach Aussagen seiner Kinder war Hermann Jentsch überaus ruhig, zurückhaltend und introvertiert. Signifikanterweise war Fischen sein großes Hobby. Seine Hobbys betreibt er mit demselben Ernst wie seinen Böhm. Musik Seine Hobbys betreibt er mit demselben Ernst wie seinen Böhm. Musik 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 Aloe Stureda ist am 25. März 1899 in Engelmannsberg, Bezirksamt Dingolting geboren. Seine Mutter Maria ist nicht verheiratet. Der leibliche Vater verunglückt mit 40 Jahren. Alois wird die ersten vier Jahre von seinen Großeltern in Reisbach aufgezogen. Dort stürzt er die Treppe hinunter und erleidet eine Ohreiterung. Die Untersuchung in der Universitätsklinik München ist niederschmetternd. Er ist hauptstumm. Zerebrale Schäden oder Lähmungen hat er keine. 1903 heiratet seine Mutter den sieben Jahre älteren Anton Haas, der aus Ambach, Kreis Neuburg, stammt. Alois bekommt drei Geschwister, aber das Schicksal der Familie ist tragisch. Seine Schwester verstirbt einjährig an Keuchhusten. Seine Stiefbrüder Maximilian, geboren 1906, und Anton, geboren 1912, ertrinken beide beim Schlittschuhlaufen am 19. Januar 1918 im Stauweiher in Gersthofen. Seit dem achten Lebensjahr besucht Alois die Landeshauptstummenanstalt in München. Nach erfolgreicher Absolvierung kehrt Alois ins Elternhaus zurück und absolviert in Augsburg eine vierjährige Lehrzeit bei der Firma Burger, wo er den Beruf eines Grafikers erlernt. Er produziert Plakate und Etiketten. Er kann exzellent malen. Mit kurzen Unterbrechungen wohnt er bis 1935 bei den Eltern in Gersthofen. Dann lernt er in Augsburg die um fünf Jahre jüngere Emma-Sophie Walliser kennen. Die beiden möchten heiraten. Hierfür muss das Paar ein Ehetauglichkeitszeugnis vorlegen. Die Nazis wollen eine gesunde arische Volksgemeinschaft heranzüchten. Nun wird die Taubheit von Alois beim Gesundheitsamt gemeldet oder besser gesagt denunziert. In konsequenter Fortführung des Rassenwahns beantragt das Gesundheitsamt im Februar 1935 beim Erdgesundheitsgericht Aufspruch die Unfruchtbarmachung von Alois Düriger. Das Gericht fordert von der Uni München ein Gutachten an. Nach Angaben der Ärzte macht Alois einen intelligenten Eindruck. Sein ganzes Verhalten ist jedoch misstrauisch ablehnend. Seine Sprache ist von einer lebhaften Mime begleitet. Die Hörprüfung ergibt vollständige Taubheit. Nennenswerte Hörreste seien nicht nachweisbar. Die erlitternde rechtzeitige Mittelohreiterung sei nicht die Ursache für seine Taubheit. Er sei mit größter Wahrscheinlichkeit eine rezessive Taubheit anzunehmen, auf die das Gesetz zur Verhütung arztkranken Nachdruck des Anwettriffen finden müsse. Den Beweis, dass es sich um eine Erdkrankheit handele, wirkt das Gutachten vollständig schuldig. Das Erdgesundheitsgericht unter Vorsitz des Amtsgerichtsrats Anhäuser erlässt gemeinsam mit dem Obermedizinräten Dr. Steigle und Dr. Keck einstimmig am 15. März 1935 den folgenden Beschluss. Dureda Alois, geboren am 25. März 1899 zu Engelmannsberg, Bezirksamt Dingolfing, lediger Lithograph, wohnhaft in Gersthofen, Fabrikstraße 55 ist unfurchtbar zu machen. Das Gericht hegt keinerlei Zweifel an der Erblichkeit seiner Taubheit. Daher sei, nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass auch etwaige Nachkommen des Erkrankten an schweren körperlichen Erbschäden leiden werden. Da der Kranke im fortpflanzungsfähigen Alter steht und Gründe, die seine Unfruchtbarmachung hindern würden, nicht vorhanden sind, war, die Unfruchtbarmachung des Alois Dureda anzuordnen. Alois Dureda wird demnach am 11. April 1935 im Krankenhaus Augsburg zwangssterilisiert. Die Lebenswürde von Alois Dureda ist damit komplett zerstört. Der nationalsozialistische Staat hat unwiderruflich und in nicht revidierbarer Weise in sein Leben und seine Lebensplanung eingegriffen. Trotz der Zwangssterilisation heiraten Alois und Emma-Sophie am 18. Mai 1935. Sieben Jahre später, am 28.11. 1942, wird die Ehe mit Emma-Sophie Walliser durch das Amtsgericht Augsburg rechtsgültig geschieden. Wir wissen nicht, ob die Scheidung mit der Zwangssterilisation in direkten oder indirekten Zusammenhang steht, müssen es aber annehmen. Emma heiratet kurz darauf ein zweites Mal. Alois Dureda lebt seit dem 30. Juni 1944 49 Jahre lang in Gasthofen in der Ludwig-Hermann-Straße 67. Das Haus hatte sein Stiefvater Anton Haas 1931 von seinen Eltern geerbt. Seine Mutter verstirbt 1948. Sein Stiefvater Anton Haas 1957. Vor seinem Tod veräußert dieser das Haus unter der Bedingung, dass Alois ein lebenslanges Wohnrecht garantiert wird. Über das weitere Leben von Alois Dureda ist uns leider wenig bekannt. Alois bedingt sich nach der Scheidung nicht mehr. Eine Kommunikation mit ihm ist kaum möglich. Die Nachbarin Gertrud Hackel erinnert sich an ihn, dass er wiederholt in nahezu unverständlicher Sprache stark hartokiert äußert Mein Herz braucht Liebe. Die Kinder spielen des öfteren Karten mit dem einsamen Mann. Nach einer Prostata-Erkrankung muss Alois Dureda 1963 Gasthofen verlassen und bezieht ein Zimmer im Seniorenheim in Friedberg. Am 1. Januar 1985 verstirbt der dort völlig vereinsam. Manges Angehöriger wird Alois Duredas Leiche anonym auf dem Friedhof Herrgottsruhe Feld 8 Nummer 66 bestattet. Das Grab ist mittlerweile aufgelöst, aber Alois Dureda ist nicht vergessen. Wir wollen an ihn mit einer Biografie und einem Stolperstein erinnern. Zu den Zwangssterilisationen im Nationalsozialismus. Die wahnhaft rassistisch-sozial-darwinistische Vorstellung bilden die Grundlage für die Zwangssterilisation von bis zu 400.000 Menschen im sogenannten Dritten Reich. Betroffene sind vor allem Fürsorgeempfänger, Langzeitarbeitslose, Alkoholiker, Asoziale, Geisteskranke, körperlich Beeinträchtigte und andere. Nach Meinung der nationalsozialistischen Machthaber sollen sich diese Ballastexistenzen, wie sie von vielen Eugenikbefürwortern genannt werden, nicht fortpflanzen dürfen. Ärzte, Sozialarbeiter und Lehrer haben im Fall erblich bedingter Auffälligkeiten und Krankheitsbilder die gesetzliche Pflicht zur Anseige beim Gesundheitsamt, welches dann nach Erstellung eines Gutachtens beim Erbgesundheitsgericht die Sterilisation der angezeigten Person beantragt. § 1 des Gesetzes vom 14.07.1933 lautet, Wer abkrankt ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass seine Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden. Abkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten leidet. Angeboren im Schwachsinn, Schizophrenie, zirkulärm Irrsinn, erblicher Fallsucht, erblichen Feindstands, erblicher Blindheit, erblicher Taubheit, schwerer erblicher körperlicher Missbildung, ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet. Eigens dafür geschaffene Erbgesundheitsgerichte sollen dafür entscheiden, wer als Erbkrank im Sinne der Nationalsozialisten zu gelten habe. Anträge zur Unfruchtbarmachung können die Bezirksärzte, die Leiter von Heil- und Pflegeanstalten oder von Strafanstalten bei den Erbgesundheitsgerichten stellen, die den Amtsgerichten angegliedert sind. Und ich bin auch stolz auf alle Schüler, die hier vorgelesen haben, die könnten bei jedem Wettbewerb mitmachen. Also vielen herzlichen Dank, große Arbeit. Herzlichen Dank. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Stolperstrengverlegung in Gersdorf. Auf Wiederschauen. Vielen Dank. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Stolperstrengverlegung in Gersdorf. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Stolperstrengverlegung in Gersdorf.